Wenn du erfolgreich sein willst im Business, braucht es Disziplin. Und ich rufe dir zu, Disziplin bringt Erfolg, doch Erfolg gefährdet Disziplin. Ich freue mich, dass du zuschaust heute zu diesem wichtigen Teil. Vielleicht zur wichtigsten Session des Tages, denn wir wollen heute sprechen richtig genau über dich und über deinen Business-Erfolg. Und lass mich dir drei Fragen am Anfang stellen. Und du magst die Frage so beantworten, dass ich am besten die Antwort sehen kann. Erste Frage, wer von euch führt ein Unternehmen? Dankeschön. Zweite Frage, wer führt ein Team? Und die dritte Frage ist, wer von euch führt ein Leben? Und lass uns mal sprechen darüber, was du tun kannst, um dein Leben so zu führen, dass du am Ende auch erfolgreich im Business sein kannst. Ich bin 39 Jahre selbstständig und habe in den 39 Jahren mich beschäftigt mit Antworten finden auf die Frage, was machen Menschen, die sehr erfolgreich sind? Am liebsten im Gespräch mit Menschen, die einen Business-Erfolg haben, der natürlich viel größer ist als mein eigener. Denn das ist ein Grundsatz, lerne von Menschen, die Dinge wirklich besser machen, die anders besser unterwegs sind, die super aufgestellt sind. Und ich habe ein paar Dinge herausgefunden und diese Erkenntnisse möchte ich jetzt mit dir teilen. Aber nicht einfach in Form eines Vortrages, sondern ich habe mir überlegt, genau für dich heute eine Botschaft persönlich zu verstecken. Also einen Satz zu verstecken, eine Erkenntnis zu verstecken. Und wenn wir dann fertig sind, ist es deine Aufgabe, diesen versteckten Satz, diese versteckte Botschaft zu finden. Und sie mag dir dann der Schlüssel sein für mehr Erfolg im Business. Ich möchte dich konfrontieren mit einer Erkenntnis, die ich hatte vor einem Jahr. Ich bin vor einem Jahr im Silicon Valley gewesen, habe mir angeschaut, was erfolgreiche Unternehmen dort machen, was Start-ups machen, was sie charakterisiert und was sie auszeichnet. Dabei ist mir aufgefallen, dass es ein paar Unternehmen gibt, die einfach vor elf Jahren noch gar nicht existierten. Vielleicht kannst du erkennen, dass es dort das eine oder andere gibt. Ich schaue mal drauf. Wir haben Insta, wir haben Slack, wir haben das iPad, wir haben Tesla, wir haben natürlich Zoom. Und ich ärgere mich immer, wenn ich diese Folie sehe, denn ich ärgere mich deswegen, weil der Inhaber von Zoom letztes Jahr sagte, am besten wäre es, wir würden investieren in sein Unternehmen. Das Ding geht ab wie die Luzi. Und wer sich heute den Aktienkurs anschaut, der weiß, dass er recht hat. Interessanterweise sind das Dinge, die in unser Tagesgeschäft, in das Alltagsleben integriert werden und über die wir gar nicht mehr nachdenken. Die passieren. Und wenn wir uns beschäftigen mit der Veränderung, vor allen Dingen mit der technologischen Veränderung, dann glaube ich, wird die Geschwindigkeit der Veränderung häufig als, vielleicht kannst du zustimmen, sehr schnell wahrgenommen. Menschen sagen, Veränderung hat schon immer gegeben, dass nichts Neues, Veränderung war schon immer da. Klar, dass ein alter Hut nur was Neues ist, dass die Geschwindigkeit der Veränderung so wahnsinnig hoch ist. Würdest du zustimmen, wenn ich sage, die Geschwindigkeit der Veränderung hat zugenommen? Würdest du zustimmen, wenn ich sage, Menschen neigen dazu, die technologische Veränderung langfristig zu unterschätzen? Würdest du zustimmen, wenn ich das so sage? Dann möchte ich dir auch sagen, glaubst du, dass die Veränderung jemals langsamer sein wird, als sie jetzt der Fall ist? Da kannst du wieder sagen, wahrscheinlich nein. Und das ist der Punkt, der durch Covid-19 unser Leben beschäftigt. Schauen wir uns mal an, wie Veränderung rein businessmäßig funktioniert. Du kennst das natürlich. Da gibt es eine Produkteinführung, da sind Leute gut drauf, da ist jemand sehr motiviert, da habt ihr einen tollen Erfolg und alles ist super. Und an der Spitze dieses Erfolges, dieses Erfolgsweges, kommt dann plötzlich die sogenannte Ernüchterung. Es gibt Druck von außen, es gibt in irgendeiner Form Veränderung des Marktes, du hast Fluktuation, du hast Kunden verloren, was auch immer. Und hier kommt die erste Erkenntnis an dieser Stelle. Wenn du erfolgreich sein willst im Business, braucht es Disziplin. Und ich rufe dir zu, Disziplin bringt Erfolg, doch Erfolg gefährdet Disziplin. Disziplin bringt Erfolg, doch Erfolg gefährdet Disziplin. Würdest du zustimmen, dass dem so ist? Und wenn das so ist, dann ist der Erfolg in sich trügerisch. Denn wir könnten glauben, dass kaum sind wir erfolgreich, alles immer so weiter liefe. Dem ist nicht so. Denn kaum sind wir erfolgreich, geht es darum zu hinterfragen, was wir anders machen müssen, um morgen besser zu sein. Und was ich herausgefunden habe, da muss ich hinschauen, was brauchst du, wenn du diese Veränderung erfolgreich führen willst in deinen Teams, in deinem Unternehmen und möglicherweise in deinem Leben. Da gibt es drei Dinge, du siehst sie hier in dem Slide. Erstens, keine Alternative. Wer Menschen die Wahl lässt zwischen dem, was sie kennen, und dem unbekannten Neuen, der wird wahrscheinlich Menschen treffen, die was tun, richtig, sie werden sich einkuscheln. Sie werden möglicherweise sich für das entscheiden, was sie schon kennen. Habe ich keine Alternative, dann muss ich es tun. Neulich sagte jemand zu mir, wer hätte gedacht, dass wir es in unserem Unternehmen schaffen, innerhalb von einer Woche 1500 Leute zu digitalisieren. Und dann habe ich ihn gefragt, Tobias, was meinst du? Du sagst, naja, die haben jetzt Homeoffice. Warum haben sie Homeoffice? Weil sie mussten. Lockdown 1.0 im März, du erinnerst dich. Wenn der Druck von außen groß ist und wenn es dir dann gelingt, Königsdisziplin aus dieser ganzen Story ein gemeinsames, neues Ziel zu kreieren. Und wenn du diese drei Dinge im Griff hast, wenn du das in der Reihenfolge schaffst, dann gelingt es dir, Veränderungen hinzubringen. Und wenn diese Veränderung da ist, dann hast du, Achtung, wenn du veränderst, immer auch die Chance, dass Dinge dann besser werden. Wer will, dass Dinge besser werden, muss sie anders machen. Wer sie anders macht, hat nur keine Garantie dafür, dass anders auch besser ist. Nur es gibt keine Chance, wenn du mehr Erfolg im Business willst, dass du Dinge tatsächlich veränderst. Und jetzt haben wir eine große Herausforderung. Ihr seht das hier als Faktor C von mir mal skizziert für euch heute Abend, für dich ganz persönlich. Du weißt halt nicht, wie sich Covid-19, wie sich Corona auswirkt. Haben wir einen V, haben wir einen Double Dip, haben wir einen L. Was immer wir haben, niemand weiß es. Und du siehst es aktuell, das Thema Corona ist gekommen, um zu bleiben. Es gibt ein neues Normal nur mit Corona. Und ich rufe dir zu, klar, wir müssen die Maske aufsetzen, Abstand halten, wir müssen lüften, wir müssen diese Dinge tun. Aber wir haben ja auch gelernt, hässliche Helme aufzusetzen, wenn wir Fahrrad fahren, wir haben gelernt, uns im Auto anzuschnallen. Wir haben gelernt, Schienbeinschoner zu tragen, wenn wir kicken. Alles das tun wir und unser Leben geht weiter. Und ich sage dir, das Leben geht weiter mit Corona. Wenn es also darum geht, schauen wir uns die zweite Erkenntnis an. Tatsächlich mehr Erfolg im Business zu haben, dann geht es darum, dass du lernst, dich selbst gut zu führen, um damit dein Team zu führen, um damit dein Unternehmen zu führen. Und was braucht es, um Führung erfolgreich zu praktizieren? Wiederum diese drei Dinge. Du brauchst eine Faktenlage mal als erstes. Und die muss belastbar sein. Ich habe bei meinem Lehrerpater Ziegler gelernt, der sagt, Andreas, was du sagst, muss wahr sein, doch nicht alles, was wahr ist, musst du sagen. Also wenn du Fakten hast, die wahr sind und belastbar sind, dann sag sie. Und wenn du keine Fakten hast, dann sag sie nicht. Dann sag, du hast keine Fakten. Keine Basis, aufgrund der du entscheiden kannst. Bleib bei der Wahrheit. Fakten müssen wahr, klar, transparent und belastbar sein. Dann hast du zweitens Emotionen. Und diese Emotionen sind natürlich nichts anderes als Beziehungen innerhalb von Teams und von Unternehmen. Und ich glaube, dass diese Beziehungsqualität das Einzige ist, was wirklich unik ist. Produkte und Dienstleistungen sind häufig ähnlich und austauschbar. Was unik ist, ist, sagen wir mal, der Groove, wie du mit deinen Leuten umgehst, ist die Art, wie du mit deinen Kunden sprichst, ist die Art, wie du kommunizierst. Das ist unik. Wenn ich heute zu Creator komme, dann ist diese Philosophie unik. Und dasselbe hast du, wenn du zu uns kommst, auf eine andere Art und Weise sind wir unik. Diese Emotionen sind etwas sehr, was USP, wir nennen das Nuggets, was sehr einzigartig sein muss. Und da hast du drittens Annahmen, über die Zukunft zu treffen. Du weißt natürlich nicht, wie die Zukunft ist, aber du hast eine Vorstellung von dem, wie die Zukunft sein kann, wie sie zumindest sein sollte. Und dann triffst du Entscheidungen. Und da werde ich oft gefragt, gibt es eigentlich richtige und gibt es falsche Entscheidungen, die ich treffen kann? Da sage ich, weiß ich nicht. Es gibt Entscheidungen, die du treffen kannst. Und wer sich entscheidet, sich nicht zu entscheiden, hat sich entschieden, sich nicht zu entscheiden. Und wer sich entscheidet, sich nicht zu entscheiden, hat sich entschieden, sich nicht zu entscheiden. Also, wenn du das bewusst tust, ist alles okay. In dem Moment, wo du aber nicht entscheidest, weil du einfach denkst, du könntest das aussitzen, ist das häufig eben nicht nützlich, nicht hilfreich. Siehst du, was ich sage? Es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt Entscheidungen, die du triffst. Und diese Entscheidungen haben Auswirkungen auf dein Geschäft. Und wenn du feststellst, die Entscheidung war wenig hilfreich, wenig nützlich, dann musst du halt eine andere, bessere Entscheidung treffen, in der Hoffnung, dass du dann besser liegst. Also, was zeichnet Menschen aus, die besonders erfolgreich im Business sind? Sie wissen das und sie entscheiden beherzt und sie wissen, hey, ich kann mich iterativ voranirren. Schrittweise iterativ voranirren. Ich stehe auf, triff eine Fehlentscheidung, so what, stehe wieder auf, triff eine Fehlentscheidung. Das nennt man dann Führung. Und da werde ich oft gefragt, möchte ich jetzt fünf Dinge mit dir teilen, auf der Zielgerade, werde oft gefragt, sag mal, wann ist denn das eigentlich wirklich erfolgreich? Kannst du sagen, wann jemand, gibt es so eine Checkliste oder so, die ich abhaken soll, um durch Führung erfolgreich in meinem Business zu sein? Da sage ich dir, ich habe in 39 Jahren Selbstständigkeit so viele unterschiedliche Modelle gesehen, Unternehmertypen gesehen, Führungspersönlichkeiten kennengelernt, die alle auf eine extrem unterschiedliche Art und Weise agiert haben und die sehr unterschiedlich durchaus sehr erfolgreich waren. Und wenn du dir heute die Frage stellst, was sind die Kriterien, dann sage ich dir, wahrscheinlich weiß das niemand. Aber ich weiß es auch nicht. Was ich dir zurufe, ist, es ist das erfolgreich, Achtung, wichtige Botschaft, woran du glaubst. Es ist das erfolgreich, woran du glaubst. Dann wirst du auch die Mannschaft haben, die mit dir geht, die sich dir anvertraut, weil du glaubst an was. Du hast gemäß Leonardo da Vinci, der mal gesagt hat, wer seinen Stern kennt, kehrt niemals um. Du siehst den Stern, du glaubst daran, du gehst voran, du hast die Menschen, die dann mitziehen. Kommen wir zu den fünf Punkten, die wichtig sind als Kriterien für mehr Erfolg im Business. Klar, du musst Ziele haben, du solltest eine Vision haben. Das schreibt sich so leicht dahin. Ich rufe dir zu, wer keine Vision hat, der hat ein Volk, das verdirbt. Wenn du keine Überschrift hast, keine Philosophie hast, für die es sich lohnt, im positiven Sinne sich zu verlieben und total engagiert, sich zu engagieren, vorausgehend tatsächlich auch ein Stück Orientierung zu geben, dann wird es schwer sein, die besten Leute zu rekrutieren. Und die große Herausforderung in diesen Corona-Times, nennen wir es mal so, ist, dass die Ziele häufig nicht konkret sind. Jedenfalls dann nicht, wenn sie langfristig zu definieren wären. Da stehen wir im Nebel des Ungefähren und du merkst, wie ich hier stocke, weil das ist wirklich die größte Herausforderung aktuell. Wissen, dass es keine langfristigen Ziele geben kann, wenn du betroffen bist, dann rufe ich dir zu, finde Wochenziele, finde Tagesziele, finde Monatziele. Jäger sagen, du kannst nur treffen, was du siehst. Wenn du kein Ziel hast, das du sehen kannst, kannst du nicht treffen, egal ob langfristig oder kurzfristig. Dann brauchst du zweitens natürlich, und das leitet sich daraus ab, eine Strategie. Die musst du gegebenenfalls neu festlegen, wenn du von Corona betroffen bist, die Geschäftsmodelle sich verändern. Ich glaube, dass die Welt amazoniger bleiben wird, dass sie hybrid ist und bleiben wird. Das Einwählen, das Neue Einchecken ist, dass manches eben online geht. Dann wirst du deine Strategie anpassen müssen. Du brauchst natürlich drittens dann angepasste Prozesse. Jetzt wird es öde, wenn ich da zu viel erzähle, könnte es sein, dass du sagst, langweilig, aber ich sage dir, es hilft dir auch nichts, wenn vorne ein Riesengeschäft reinkommt, was du hinten nicht verarbeiten kannst. Wenn Kunden nicht bedient werden, Bestellungen nicht bedient werden, Rechnungen nicht bezahlt werden, also passe deine Prozesse an. Und jetzt kommt ein Punkt, der meine Herzensangelegenheit ist. Und der Stefan hat es in der Anmoderation gesagt. Ich beschäftige mich mit einer Unternehmerdisziplin, die Verkauf heißt. Fokus Kunde. Warum ist das wichtig? Weil der Kunde der Einzige ist, der Geld in dein Unternehmen hineinträgt. Der Kunde ist der Einzige, der Geld mitbringt. Alles andere kostet Geld. Und wenn dein Kunde seine Journey verändert, wenn der übers Netz kommt, über die Webseite, über Social Media kommt, über E-Mail kommt, dann musst du da sein, wo dein Kunde ist. Einverstanden? Ich hatte jetzt vor zwei Tagen das Problem, dass die Kugelschreibermine meines Mont Blanc Kugelschreiber ist. Kein Witz, der ist mir geschenkt worden von meinem Vater. Ich schreibe da sehr gerne mit. Ausging. Und ich brauchte eine neue Miene. Was machte ich? Guckte Google Maps. Wo gibt es hier Schreibwarenladen, wurde mir angezeigt. Mont Blanc um die Ecke, ich gehe da hin. Der sagt, oh, das ist ja interessant. Sie haben eine dicke Schriftform. Darf ihn sagen, wir haben die dicken nicht da, also die fetten Schrifte nicht da. Wir haben nur die schmalen. Aber ich möchte, dass Sie wiederkommen. Ich schenke sie Ihnen. Kommen Sie wieder. Ich rufe Sie an, wenn wir die dicken Stifte da haben. Und übrigens, Herr Buhr, jetzt haben Sie neun Kilometer Schreibleistung. Da habe ich nochmal gefragt, was meinst du mit neun Kilometer? Ich sagte, neun Kilometer kommst du klar. Ist das eine Hammer-Aussage? Ich sage, ich liebe ja sowas. Und ganz sicher werde ich wieder hingehen. Denn der hat mich im Fokus gehabt. Und dann brauchst du, letzter Punkt, Teamgeist. Du musst einen Fokus haben und ein Working-Team. Created Agreement, sagen die Amerikaner. Bring eine Atmosphäre hin, wo Leute gerne mitgehen. Sorge für den Teamgeist. Zeige mir eine Mannschaft, die gut drauf ist. Und ich zeige dir eine Mannschaft, die Leistung und Ergebnis bringt. Zeige mir eine Mannschaft, die feiern kann. Und ich zeige dir eine Mannschaft, die Ergebnis bringt. Und jetzt kommt eine Aussage, die ganz wichtig zum Schluss vielleicht für dich auch sein kann. Darüber haben wir noch nicht gesprochen und ich habe mir das aufgehoben jetzt bis zum Ende. Ich glaube, dass es darum geht, die Antwort zu finden auf die Frage, warum du Dinge tust. Wer die Antwort auf die Frage, warum kennt, erträgt nahezu jedes Wie. Hat Kant einmal gesagt. Du erträgst Widerstände besser. Wer weiß, warum er tut, was er tut. Der ist in der Lage, Antworten zu finden. Und vielleicht nimmst du zum Schluss zum Thema Motivation vier Fragen mit. Und diese vier Fragen magst du für dich selbst beantworten. Nimm dir einmal im Jahr die Zeit, diese vier Fragen zu stellen. Also ich stelle sie dir jetzt stellvertretend, um diese vier Fragen für dich zu beantworten. Die erste Frage ist, warum arbeitest du in der Branche, für die du dich entschieden hast? Und jetzt sag mir nicht, du bist da zufällig gelandet. Das lassen wir nicht gelten. Dann rekrutiere dich nachträglich. Wenn du was geerbt hast, wenn du in der vierten Generation das Unternehmen der Familie nach vorne bringen sollst, rekrutiere dich nachträglich. Warum bist du in dieser Branche? Zweite Frage, warum hast du dich für das Unternehmen entschieden? Indem du arbeitest, für das du arbeitest oder was du gegründet hast. Und ich stelle die Frage ein zweites Mal. Warum hast du dich für das Unternehmen entschieden? Indem du arbeitest, für das du arbeitest oder was du gegründet hast. Denn es kann ja sein, dass das Unternehmen, das du gegründet hast, vor fünf Jahren heute ganz andere Dinge macht. Ich bin auch betroffen davon, dass ich heute Dinge tue, zum Beispiel vor der Kamera. Da hätte ich nie gedacht, vor fünf Jahren, dass ich das mal mache. Ich habe mich entschieden, das gerne zu tun. Ja, Spaß zu haben. Warum tust du das, was du tust in deinem Unternehmen? Und die dritte Frage ist, warum bist du in der Position, in der du bist, der Richtige oder die Richtige? Als Verkäufer, als Key-Accounter, als Führungskraft, als Chef der Buchhaltung, als Chef der Verwaltung, als CEO, als was auch immer. Warum ist die Position, die du bekleidest, für dich genau die Richtige? Und jetzt kommt die schwierigste Frage zum Schluss. Könnte es sein, dass ich einige von euch jetzt verliere? Bleibt noch. Och, vielleicht ist ja da genau der Satz versteckt jetzt für dich, den ich eingangs versteckt habe, die Erkenntnis. Nämlich finde die Antwort auf die Frage, warum genau bist du der Beste oder warum bist du die Beste, der oder die du sein kannst. Was zeichnet dich aus? Was macht dich wirklich einzigartig? Was kannst du besser als andere? Das ist der Kern vom Kern. Wer mehr Erfolg im Business haben will, braucht die Erkenntnis, dass das, was da ist, raus muss. Stärken sich entwickeln müssen. Das braucht die Erkenntnis, an dich zu glauben. Wenn du an dich glaubst und immer wieder an dich glaubst, dann wirst du Menschen finden, die an dich glauben. Die Menschen finden, die an dich glauben. Die Menschen finden, die an dich glauben. Und das ist die wichtige Botschaft, um für dich mehr Erfolg im Business zu bekommen. Danke, dass du zugehört hast und viel Erfolg in deinem Business wünscht dir dein Andreas Buhr.